Hey, super, dass ihr weiter mitfahrt. Mittlerweile Teil 7 unserer Balkan-Tour. Wir sind in Montenegro und fahren nach Süden bis zur Bucht von Cotor. Wir haben etwas westlich von Gornja Dobrilovina übernachtet und gestern Abend ja festgestellt, dass der Weg, den wir eigentlich nehmen wollten, nicht mehr fahrbar ist. Darum fahren wir wieder runter in die Tara-Schlucht auf die R10, folgen diese weiter über die M6 nach Zappeljag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Den ein oder anderen Schlenker abseits der Hauptstraße haben wir natürlich auch noch gemacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung. BR 2018 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 Good morning. Stop it on. Stop it, I listen. Listen, hi. The driving license? Have a nice sleep. Thank you. Bye. Bye. We'll see you next time. We'll see you next time. We'll see you next time. Yeah. 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 Unter anderem. Unter anderem. Was macht ihr hier? Spazieren fahren. Gegen angucken. Bisschen das Land besichtigen. Bitte? Bisschen das Land besichtigen. Sieht so aus. Da waren eben schon drei Stöck-Motorräder. Gehören die zu euch? Da waren gerade schon drei Motorräder in der anderen Gruppe. Also nur ein Kilometer vor euch vielleicht. Dann einen schönen Tag, gell? Ebenso. Tschüss. Musik 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 Gucken wir mal, ob die Straße noch fahrbar ist oder nicht. Da hätte man sicher ein Schild aufgestellt. Aber so kommt wahrscheinlich weniger Gegenverkehr, weil die Wasser durch den Tunnel fährt. Also die Touristen fahren aber berg. Drei. 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 Ich muss mal eigentlich nicht beheben, aber da habe ich es gepackt. Musik 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 Dau Gugplatz Privatsgplatz Zipplein Bziplein Aha, hier ist der Urk Dann geht der Urk Ich mache mir die Urk Das ist nichts für meine Nerven. Die ist auch schlecht veranhalten jetzt. So, da sind die zwei Autos noch völlig in der Falle. Und jetzt kommt die Postgut mit wilder Formen. Das ist schon ein Ausbaubewusstsein hier. Runter geht's in die Bucht von Coutour. Diese Strecke müsst ihr gefahren haben. Die Daten werde ich euch als GPX-Datei auch auf meiner Website zur Verfügung stellen. Die Bucht von Coutour Und bis zum 19. Das ist so cool. Das ist jetzt so schön ein Rei. Musik 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 Soll ich hier mal ein Stück machen, dann bin ich jetzt mal die Autos umgehört. Die Hasen und Autos sind hübschen viele Einleger. Ich glaube, das kann man noch einen Meter vielleicht zurück. Bis zu Boden oder was? Ja, so dass da nichts groß vorbeikommt. Hier in dem weißen Auto, ich will jetzt von rechts ab anhalten. Hier in der Lücke. Nichts wirklich. Nichts wirklich. Ich bin schon mal auf den Nürnberg. Ist ein Lücke. Ja, da kommt drühen die Lücke, wo ich hier gerade stehe, hier passt sie rein. Wo bist du denn? Hier. Hier rechts ist die Lücke. Kommst du zurück, gerade zurück. So, jetzt ist die Weiße das Problem. So, jetzt ist die Weiße das Problem. Kommt der nächste Bus. Verrückt. In Statt, dass es da unten erstmal passiert, aber gut, da habe ich auch nicht gesehen, was da jetzt, wo dahinter steht. Das siehst du ja auch nicht. Dessen muss man sich bewusst sein, wenn man mit dem Bus ohne Strecke fahren will. Oder? Ja, die werden es alle wissen, wie die Strecke ist, was das hier passiert. Ich muss entgegenkommen, hoch und runter fahren. Das Highlight in diesem Teil waren auf jeden Fall die Serpentinen von Couture. Ich hoffe, dass ich euch einen kleinen Eindruck vermitteln konnte. Wer in Montenegro war und diese Strecke nicht gefahren ist, hat auf jeden Fall etwas verpasst. Wenn man mit der Navigation beschäftigt ist, kann man auch schon mal ein Schild übersehen. Da, 3,5, da darf ich mit. Also muss ich spätestens hier jetzt verdrehen, weil das ist dann ganz blöd. Jetzt brauchen wir eine schnelle Idee in diese Richtung. Oder wenigstens irgendwie von der Gasse wegkommen. Ja, das heißt, man würde da hoch und da rechts standen so zwei kleine weiße Booten. In Teil 8 müssen wir leider schon wieder Heimatkurs aufmachen. Wir wollen ja zur Allradmesse wieder zurück in Deutschland sein. Dennoch lohnt es sich mit dabei zu bleiben. Wir werden an die Kravika Wasserfälle in Bosnien und Herzegowien erfahren. Damit ihr das nicht verpasst, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und das Glöckchen zu läuten. Auch über einen Daumen hoch würden wir uns sehr freuen.